In diesem Video zeige ich euch, wie ihr direkt zu Beginn eine richtig starke Waffe finden könnt, mit der ihr locker die ersten Spielstunden in Starfield meistern müsstet. Bei der Waffe handelt es sich um eine Pistole, und zwar die Allegence. Und diese könnt ihr direkt nach dem Tutorial theoretisch bereits erwerben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, wie gesagt, das Tutorial durchspielen und in New Atlantis im Sonnensystem Alpha Centauri ankommen. Alles, was ihr dann tun müsst, zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr Alpha Centauri verlassen, dazu geht ihr auf eure Sternkarte und bewegt euch so ein leichtes Stück nach oben rechts. Dort findet ihr dann das Cheyenne-System, und genau dort wollen wir hin. Im Cheyenne-System ist unser Ziel der Planet Aquila, und dort müssen wir in Aquila City landen. Haben wir das getan, müssen wir nun einfach nur noch der Hauptstraße folgen und uns auf der linken Seite nach einem Shop namens Roland Arms umsehen. Solltet ihr das erste Mal in Aquila City sein, wird es wahrscheinlich passieren, dass ihr von einem der Sicherheitsleute angesprochen werdet, der euch von einem Tumult bei der Bank informiert. Ob ihr darauf eingeht oder nicht, ist eigentlich relativ egal, weil unser Ziel ist ja erst mal der Waffenladen. Trotz alledem lohnt es sich, auch bei der Bank später noch einmal vorbeizuschauen, weil da kann man auch noch ganz gut Loot abgreifen. Aber wie gesagt, wir bewegen uns jetzt in den Roland Arms Shop, und dort könnt ihr ganz einfach die Alligence kaufen. Einziger Haken an der Sache, vielleicht gerade am Start des Spiels, ist, dass die Alligence 18.000 Credits kostet. Das wird wahrscheinlich direkt nach dem Tutorial noch ein bisschen viel sein, aber glaubt mir, 18.000 Credits hat man relativ schnell beisammen. Sollte euch noch ein bisschen Kohle fehlen, denn schaut einfach, was ihr noch so im Inventar rumfliegen habt. Meistens hat man noch irgendwie ein paar ranzige Waffen rumliegen, die man dann eben noch verkaufen kann, und so solltet ihr eigentlich relativ schnell die 18.000 Credits beisammen haben. Wie eingangs bereits gesagt, ist die Alligence eine Pistole, und zwar eine richtig gute. Die Alligence besticht durch wenig Rückstoß und hat dabei noch eine richtig ordentliche Feuerrate. Der einzige negative Faktor ist, dass das Magazin einigermaßen klein ist. Das macht die Alligence aber mit ihrem Perk wett. Der Perk ist nämlich zerfetzend, und zerfetzend bedeutet, durchdringt selbst die stärkste Panzerung. Das macht sie besonders stark natürlich gegen stark gepanzerte Gegner, wie zum Beispiel Roboter etc. Von daher eine ganz klare Empfehlung für das Early Game, da ihr wirklich relativ leicht an diese Waffe rankommen könnt, und das schon sehr früh im Spiel. Warum diese Waffe euch noch bei einer anderen krassen Sache sehr von Nutzen sein kann, erzähle ich euch aber in einem anderen Video. Kennt ihr noch Waffen, die man schon früh im Spiel bekommen kann, und die einem weiterhelfen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da, und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Starfield versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, reingehauen!